Das ist aktuell für mich der beste Zauberer-Bild. Mit Level 30 habt ihr schon unendlich Mana, friert alles ein und tötet so die Gegner in Sekunden. Spielt sich extrem rund. Wer genau so mit seinem Zauberer abgehen möchte, sollte dranbleiben. Servus Wanderer, willkommen zum nächsten Bildvideo. Heute für den Zauberer, da habe ich für euch etwas richtig geiles zusammengebaut. Ab Level 30 könnt ihr so abgehen. Nahezu unendlich Mana. Zieht euch die Mana-Bubble rein. Das ist echt krass, dass man sowas schon mit Level 30 schaffen kann. Den Bild könnt ihr abdaspielen und sogar noch weiter im Endgame und später perfektionieren. Der Grundbild ist auf jeden Fall hier schon gegeben und spielt sich einfach extrem rund. Ich kann euch nur empfehlen, das Ding mal nachzubauen und ihr merkt einen deutlichen Unterschied, wie er mit dem Zauberer durch die ganzen Verliese durchmarschiert. Wer übrigens von euch auf PC zockt, kann den Bild auch leichter nachbauen. Das funktioniert mit Mobalytics, ein Overlay-Programm für Diablo 4 auf PC. Ihr könnt es während des Spiels öffnen und unter dem Reiter Zauberer meinen Bild finden und so auch schnell ohne Video nachschauen, was ihr für meinen Bild braucht. Selbstverständlich mit Erklärung. Mobalytics ist die beste Wahl, schnell und einfach während des Spiels nach neuen Bilds zu suchen. Es sind Bilds für alle Klassen vorhanden, Sortierung sogar mit und ohne Season möglich. Und sie werden von Diablo 4 Experten und Content Creator erstellt. Ganz neu mit dabei ist der Bildplaner. Dort könnt ihr selbst euren Bild bauen. Vorab schauen, wie setzt ihr die Skill-Punkte, wie verteilt ihr die Paragon-Punkte. So spart man sich einiges an Geld im Spiel, denn jedes Rücksetzen kostet ja. Wer möchte, kann auch dort seinen kompletten Bild aufbauen und ihn mit seinen Freunden teilen. Wer mein Bild während des Spielens bequem auf PC nachbauen möchte, kann sich einfach Mobalytics über meinen Link in der Videobeschreibung runterladen. Viele Funktionen stehen euch auch online zur Verfügung über die Webseite. Gerade wenn ihr auf den Konsolen zockt, könnt ihr auch den Bildplaner eben aufrufen und zum Beispiel auch die ganzen Bilds durchsuchen von anderen Creatern und Diablo 4 Experten. Alles Wichtige unten in der Videobeschreibung. Der Bild funktioniert wie folgt. Ihr startet mit der Frostnova rein. Die Gegner werden in einem größeren Radius eingefroren, können nichts mehr machen und sie werden auch gleichzeitig verwundet. Dadurch macht ihr 20% mehr Schaden an ihnen. Danach aktiviert ihr dann das Flammenschild, denn ihr seid dadurch ein bisschen defensiver unterwegs, aber gleichzeitig gibt es auch eine Mana Kostenreduktion um 25%. Alle anderen Zauber sind dann eben günstiger und ihr könnt dann mit der Hauptfähigkeit Eissplitter richtig schön reinhalten und die Mana droppt eben nur sehr langsam runter. Eine richtig geile Sache. Der Eissplitter ist auch separat verbessert durch einen Aspekt. Dadurch kann er mehrere Ziele treffen und gerade in Gegnerhorden sind sie eben in Sekundentod alles eingefroren und man hält dann einfach mit diesem Rapid Fire Eis Strahl rein. Sollten noch ein paar Gegner leben, kann man eventuell die zweite Nova zünden, wenn sie wieder ready ist. Ansonsten aktiviert man einfach die Eisrüstung und dann verhält sich auch Eissplitter so, als wären die Gegner eingefroren. Es geht auch nochmal durch die Gegner durch und man bekommt gleichzeitig durch die Eisrüstung auch nochmal eine Mana Regeneration um 25%. Heißt, wenn man dann ein bisschen runtergetroppt ist durch das Feuerschild, weil man eben schon ein bisschen Schaden gemacht hat, kann man danach eben die Mana Regeneration wieder erhöhen und pumpt dann die Mana nach oben. Das finde ich eine extrem runde Sache. Sollte dann alles auf Abklingzeit sein, dann aktiviert ihr die Ulti, die geht kurze Zeit, macht auch wirklich guten Schaden und friert die Gegner ein. Und wenn ihr wieder draußen seid, sind alle Abklingzeiten zurückgesetzt und ihr könnt direkt wieder in die Frost Nova rein starten mit den ganzen Schilden. Und dieser Bild spielt sich einfach durch diese Unendlich Mana schon zu Beginn extrem rund und angenehm. Ihr habt nahezu keine Ressourcenprobleme. In Gruppen auf jeden Fall überhaupt nicht, wo es auf jeden Fall am Anfang noch ein bisschen struggelt mit Unendlich Mana ist bei den Bossen. Trotzdem habt ihr auf dem Weltrang 2 gar keine Probleme. Ihr kommt easy überall durch, weil ihr so eine krasse Mana Regeneration und Kostenreduce habt, dass ihr immer wieder schnell Mana bekommt und selbst die Bosse easy wegmachen könnt. Ich kann es euch nur empfehlen, im Bild nachzubauen. Spielt sich einfach super rund und angenehm. Auch so fackelt man die Gegner mit Eiszauber an durch eine Verzauberung und dadurch bekommt man auch immer wieder Mana zurück. Ich habe sehr darauf geachtet, dass man eben früh im Spiel schon viel Mana regenerieren kann, dass man einfach ein schönes Spielverhalten hat und eben nicht immer Basisangriffe machen muss, um eben Mana zu bekommen. Und der Schaden, desto höher ihr jetzt kommt, also ab Level 30, mit allen weiteren Skillpunkten schaut man nun noch den Schaden weiter nach oben. Kann man noch einiges an Schaden rausholen. Für mich war es aber wichtig, erstmal die Unendlich Mana zu besitzen, weil euch bringt der beste Schaden nichts, wenn ihr immer Outmana seid und dann Standardangriffe machen müsst. Was braucht ihr jetzt alles, um genau so wie im Video abzugehen? Ich gehe mit euch über die ganzen Rüstungsteile drüber, über die Aspekte, über die Affixe auch sehr wichtig. Da könnt ihr einiges beim Zauberer auch noch so rausholen, dann über die Verzauberungen und auch über die Fähigkeiten. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit den Rüstungsteilen. Was geil ist eben bei diesen Aspekten, die jetzt hier unten drauf sind, die könnt ihr zu 99,9% einfach über die Sammlung, Kodex der Macht, den rechten Stick reindrücken, über die verschiedenen Dungeons Farmen. Da geht ihr zum Beispiel auf den Aspekt dann drauf und dann steht dann eben dran, ihr müsst unten bei der Lichtwacht sein, in das Dungeon eben rein, ist in den zersplitterten Gipfeln. Und dann abschließend bekommt ihr den Aspekt raus, den habe ich jetzt hier gerade nicht mit dabei, aber den hier zum Beispiel, ja, ihr müsst hier eben in das faulige Grund, in den fauligen Grundwasserleiter. Und wenn ihr den dann rausgeholt habt, das Dungeon abgeschlossen habt, dann könnt ihr hier einfach zum Verzauberer gehen und eben auf ein gelbes Rüstungsteil eben diesen Aspekt drauf machen. Und so seid ihr auch schon mit Level 30 komplett legendär ausgerüstet. Eine mega geile Sache. Ich beginne jetzt hier oben einfach mit dem Helm. Hier ist drauf, wenn man Schaden bekommt, steigt die Resistenz nach oben oder gesagt die Rüstung und man ist einfach ein bisschen defensiver unterwegs. Ist nicht verkehrt mit dem Zauber, kann man sich ja auch nicht wirklich heilen. Ansonsten auf der Brust richtig geil. Wenn ihr direkten Schaden erleidet, besteht eine Chance von 2%, die Abklingzeit eurer defensiven Fertigkeiten abzuschließen. Bedeutet, das Schild ist direkt wieder ready oder beide Schilde können direkt wieder ready sein, genauso wie die Nova. Und man kann eben schnell die Gegner wieder einfrieren. Das Ding ist geil. Wenn ihr das irgendwann auf 6% habt, richtig nice. Ansonsten auf den Händen. Ihr fügt eben Bewegungsunfähigen, Betäubten, aber auch eingefrorenen Gegnern 25% mehr Schaden zu. Wir frieren die Gegner natürlich immer wieder ein und da 25% mehr Schaden ist natürlich eine nette Sache. Ansonsten auf der Hüfte, wenn man eben einem Elite-Gegner Schaden macht, hat man eben dann eine Barriere und ist auch so nochmal ein bisschen defensiver unterwegs. Auf den Schuhen ist jetzt nichts drauf. Warum? Ich fand jetzt nichts extrem gut und hab's dann einfach nicht gefarmt. Ihr könnt da was drauf machen, was ihr möchtet, aber das Geilste, was ihr drauf machen könnt, das hab ich selber noch nicht, bekommt man über die Season. Und zwar ist das so eine Fallenfähigkeit, seht ihr hier. Wenn mindestens 5 Gegner in der Nähe sind, werden sie 2 Sekunden lang betäubt, kann nur alle 20 Sekunden eintreten. Wenn ihr das Ding habt, ist gut. Bekommt ihr einerseits über die Season-Belohnung, ja, aber kann auch ein Gegner fallen lassen auf dem Rüstungsteil und das auf die Schuhe drauf machen, wenn ihr es besitzt. Ansonsten auf dem Zauberstab ist jetzt hier Eishplitter drauf, ist ja die Hauptfähigkeit, mit der wir Schaden machen. Und die kann dann eben, ja, durch die Gegner durchbohren und macht dann immer ein bisschen weniger Schaden. Aber roundabout ist das richtig geil, weil eben dann mehrere Gegner getroffen werden und, ja, die sind dann eben in kürzester Zeit tot, die ganze Gegnerhorde. Ansonsten jetzt hier auf der rechten Seite, ähm, und zwar Fähigkeiten verursachen bis zu 10% mehr Schaden. Immer kommt drauf an, wann sie gewürgt wurde, abhängig von der Primärressource. Also desto voller diese Primärressource, desto voller die Mana ist, umso mehr Schaden macht die Fähigkeit, maximal 10% mehr, wenn die Mana eben komplett voll ist. Und da wir sehr oft eben viel Mana besitzen, ist das auch nochmal ein netter Schadensbuff. Ansonsten fange ich jetzt oben beim Ammo, ne, da kommen wir zum Schluss hin. Wir machen weiter beim Ring, Glückstreffer, ja, Verbrennungsschaden hat eine Chance von bis zu 12%, 10 Mana wiederherzustellen. Wir tun immer wieder die Gegner verbrennen, denn, ähm, durch eine Verzauberung ist das möglich, zeige ich euch gleich, aber auch das Feuerschild verbrennt Gegner. Und so bekommt man immer wieder 10 Mana zurück. Und ansonsten hier die Verwendung einer Fähigkeit mit Abklingzeit stellt 15 Mana her. Also jedes Mal, wenn man eine Fähigkeit aktiviert, wie zum Beispiel die Schilde, die Ulti oder zum Beispiel auch die Frostnova, bam, bei jeder Abklingzeit, also weil es eine Fähigkeit mit Abklingzeit ist, gibt's 15 Mana wieder. Auch richtig nett. Und zu guter Letzt, das hab ich glücklicherweise getroppt und das macht den Bild nochmal deutlich runder einfach. Und zwar, Frostnova erhält eine zusätzliche Aufladung. Die hat normalerweise nur einmal und ich kann sie zweimal hintereinander aktivieren. Die Aufladung, äh, diese Abklingzeit ist dann ein bisschen länger, um 26% erhöht. Ich hab's auch extra auf das Amulett drauf gemacht, weil, ähm, da alles 50% besser ist. Bedeutet, die Abklingzeit ist auch runtergegangen, um 50% besser, sozusagen. Normalerweise war das, glaub ich, bei 36% und jetzt ist es hier bei 26%, also schneller wieder ready. Wenn ihr das Ding von einem Gegner irgendwann getroppt bekommt, werdet ihr merken, da spielt sich der Bild nochmal besser. Wenn ihr es nicht habt, ist auch nicht schlimm, ähm, funktioniert auch so gut, da hatte ich echt richtig Glück, dass ich das per Zufall getroppt hab. So kann ich euch dem Bild jetzt hier noch besser im Endeffekt zeigen, was möglich ist. Solltet ihr das eben nicht haben, würde ich zum Beispiel einfach den Schaden hier oben rechts drauf schrauben und zum Beispiel noch mit einem anderen Aspekt spielen. Wenn man eine Rüstung hat, macht man auch nochmal 11% mehr Schaden, kann man auch über einen Dungeon farmen, gar kein Problem. Als zweites zeige ich euch jetzt die Affixe, das sind unten die Boni, wie zum Beispiel Abklingzeit, Reduktion. Wenn ihr da die richtigen auf den Rüstungsteilen drauf habt, da ist der Bild nochmal deutlich besser. Da geht ihr einfach nochmal mehr ab. Schaut nicht nur immer oben auf den Rüstwert und zieht immer das bessere Teil vom Rüstwert an, sondern schaut wirklich primär als erstes auf diese Affixe und lieber ein Rüstungsteil länger anhaben, ja, mit den richtigen Affixe wie eine höhere Rüstung. Außer ihr geht die ganze Zeit drauf, dann würde ich natürlich auch die Rüstung oben oder dann das ganze Rüstungsteil auswechseln. Bei den Waffen ist es ein bisschen anders, das zeige ich euch gleich. Was ihr auf jeden Fall auf dem Helm drauf haben möchtet, ist zum Beispiel Abklingzeit, Reduktion. Dass eben die Schilde schneller ready sind oder zum Beispiel auch die Nova, die Ulti genauso, das ist wirklich wichtig. Oder was ihr auch drauf haben wollt, ist einfach Kostenreduktion, dass es günstiger ist, die ganzen Fähigkeiten zu wirken oder zum Beispiel maximale Mana, dass die sich nach oben erhöht. Auf der Brust wollt ihr zum Beispiel mehr Schaden einfach haben, ja, normaler Schaden, Kälteschaden, alles was mehr Schaden macht, ist nice. Und wenn ihr natürlich auch irgendwas mit Schadensreduktion drauf habt, dann ist es natürlich auch nicht verkehrt. Auf den Händen wollt ihr auf jeden Fall plus 1 Eissplitter drauf haben, das ist ja der Primärangriff. Angriffsgeschwindigkeit ist gut, kritische Trefferchance ist auch sehr wichtig und auch was ebenfalls geht, ist Glückstrefferchance. Oder Glückschance wollt ihr ebenfalls drauf haben. Auf der Hose gibt es eigentlich gar nicht so viel. Hier habe ich zum Beispiel gesamte Rüstung, ist eher so ein bisschen verteidigungsmäßig die Hose. Was ihr aber drauf haben könnt, wenn ihr einen Elite-Gegner, glaube ich, Schaden zufügt oder ihn tötet, eher gesagt, dann bekommt ihr für 4 Sekunden ja 20% mehr Schaden zum Beispiel. Das ist immer gut, wenn man das auf der Hose drauf hat. Ansonsten auf den Schuhen, was wollt ihr hier haben? Hier sind die Schilder auf jeden Fall verbessert. Eventuell hat man auf der Hose auch die Frostnova drauf, dass die eben auch um 1 verbessert werden kann. Will man auch so hoch wie möglich, weil dann die Abklingzeit auch einen Tick runter geht. Und auf den Schuhen Kostenreduktion für Mana ist gut und dass die Schilde eben auch ein bisschen besser sind. Wie jetzt hier zum Beispiel das Flammenschild ist dann minimal besser. Ansonsten auf der Waffe ist hier eben der Zauberstab, denn ihr wollt die Glückstrefferchance nach oben schrauben. Desto mehr Glückstreffer ihr habt, umso mehr Mana habt ihr zur Verfügung und auch sonstige Vorteile. Das ist beim Zauberer extrem wichtig. Schaut immer, dass ihr eine hohe Glückstrefferchance besitzt. Ansonsten gegen verwundete Ziele nochmal ein bisschen mehr Schaden. Gegen entfernte Ziele auch ein bisschen mehr Schaden. Ist natürlich nice. Die Waffe würde ich immer früher auswechseln als die Rüstungsteile, denn bei der Waffe ist natürlich auch oben der Schaden mit dabei. Und wenn ihr da einen Unterschied von 80, 100 oder mehr Punkte seht, dann würde ich die Waffe auf jeden Fall austauschen, weil ihr dann eben einfach nochmal mehr Schaden rausholt. Egal was unten an Werten, an Affixen drauf ist. Dann auf der rechten Seite genau das gleiche. Das Ding auch immer auswechseln, wenn der Schaden oben wirklich deutlich höher ist. Ansonsten hier bei diesem Fokus ist geil. Abklingzeitreduktion, Glückstrefferchance ist mit dabei. Unten Kostenreduktion für Mana. Alles wirklich eine nette Sache. Die Heilung brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt, weil man sich fast beim Zauberer nicht hochhaltet. Ansonsten bei den Ringen wollt ihr hier immer maximale Mana, kritischer Trefferschaden. Schaden mit Kälte ist natürlich nice, aber natürlich auch Glückstrefferchance oder kritische Trefferschance ebenfalls wichtig. Genau dasselbe eben beim anderen Ring. Hier ist jetzt auch nochmal kritische Trefferschance mit dabei und Schaden gegen verwundete Ziele. Ansonsten auf dem Amulett. Plus Schaden ist nice. Abklingzeitreduktion ist nice. Kostenreduktion für Mana ist nice. Ich habe das Ding nur einmal gerollt und habe zum Glück immer direkt was Gutes drauf bekommen. Was ihr auch haben wollt, dass zum Beispiel die defensiven Fähigkeiten hier nochmal besser sind. Plus 1 dazu. Und so ist dann nochmal Frostnova und die Schilde eben auch besser. Als drittes zeige ich euch jetzt die Verzauberungen. Als allererstes im ersten Slot ist der Feuerblitz mit drinnen. Direkter Schaden von Fähigkeiten. Vorsicht im Verlauf von 8 Sekunden Feuerschaden. Eiszauber machen direkten Schaden. Dadurch fackeln die Gegner immer an. Und der eine Aspekt ist immer wieder aktiv. Man hat eine prozentuale Chance eben immer wieder 10 Mana zu bekommen. Und so hat man einen größeren Mana Pool. Oder füllt eben die Mana immer wieder auf. Ansonsten ab Level 30 habe ich den Blizzard mit reingenommen. Alle 15 Sekunden bildet er sich über uns. Das ist kostenlos. Ist 6 Sekunden lagen aktiv. Und wenn man den auch noch geskillt hat. Bis nach hinten. Und der ist aktiv. Kosten dann während diesen 6 Sekunden. Die Kernfähigkeiten der Eisplitter. 20% weniger Mana. Und das ist natürlich auch krass. Kommen wir nun zu den ganzen Fähigkeiten. Was habe ich hier geskillt? Ihr seht natürlich jetzt hier im Video nicht alles. Weil ich bin selber nur 33. Bis 50 gibt es natürlich ein paar mehr Skillpunkte. Schaut gerne bei Mobilelytics vorbei. Müsst das Programm auch nicht runterladen. Wenn ihr auf den Konsolen spielt. Der Link geht auch so einfach übers Internet. Und könnt ihr einfach nachschauen. Was ich da noch später geskillt habe. Da holt ihr natürlich noch massiv mehr Schaden raus. Das werdet ihr dann selber spüren. Wenn ihr das dann spielt. Das Bild. Ich beginne jetzt oben einfach mit dem Frostblitz. Nehmt mal am Anfang. Hab in die rechte Seite rein investiert. Denn wenn dann doch mal beim Boss die Mana knapp ist. Kann man ein paar Angriffe eben machen. Und bekommt hier nochmal on top 4 Mana zurück. Wenn die Gegner auch unterkühlt sind. Ansonsten Feuerblitz eben reinnehmen. Sobald ihr den Aspekt spielt. Würde ich die Verzauberung sofort rein slotten. Dann geht es auch schon zum Eissplitter. Zu der Hauptfähigkeit. Die wir verwenden. Hier in die obere Ecke rein investiert. Solange man eine Barriere hat. Verhält sich Eissplitter so. Als wäre der Gegner eingefroren. Bedeutet. Er geht noch auf ein weiteres Ziel über. Und so macht man gleichzeitig an mehreren Zielen Schaden. Was natürlich für Gruppen ganz nett ist. Ansonsten geht es jetzt hier direkt weiter runter. Und zwar wollt ihr so früh wie möglich Frostnova haben. Die Gegner werden eben eingefroren. Und wenn man hier runterskillt gleichzeitig noch verwundet. Bedeutet man macht 20% mehr Schaden an ihnen. Ansonsten geht es natürlich jetzt hier in die Rüstungen rein. Ich bin dann hier noch in die linke Seite gegangen. Das muss man am Schluss würde ich das Ganze machen. Wenn man die Eisrüstung aktiv hat. Ein Gegner trifft ein. Ist eine 15% Chance da. Dass der Gegner eingefroren wird. Wichtiger ist es das hier. Denn die Mana Regeneration wird um 15% erhöht. Solange die Eisrüstung aktiv ist. Und umso schneller füllt sich dann eben die Mana wieder auf. Beim Flammenschild ist es ein bisschen anders. Da wollt ihr hier in die linke Richtung. Denn wenn das aktiv ist. Ist die Mana Kostenreduktion um 25% aktiv. Also alle Fähigkeiten kosten 25% weniger Mana. Und das natürlich auch extrem stark. Wenn ihr die Schilde und auch die Nova geskillt habt. Dann macht ihr am Schluss jetzt auch hier dann den Eilsplitter voll. Weil ihr wollt natürlich mit der Kernfähigkeit Schaden raushauen. Danach geht es natürlich dann auch hier rein. Kritische Treffer Chance. Die schraubt übrigens hier unten auch nice nach oben. Das wollt ihr auch so früh wie möglich. 15% geht es eben nach oben. Und wenn man eben einen kritischen Treffer macht. Bei einem Glückstreffer. Also muss erst einen Glückstreffer machen. Dann noch einen kritischen Treffer. Hat man eine 15%ige Chance. Dass sich die Abgelegenheit der defensiven Fähigkeiten direkt beendet. Und man kann sie direkt dann wieder erneut aktivieren. Das ist ultra stark. Und würde ich auch so früh wie möglich skillen. Ansonsten geht es dann hier weiter runter. Später wenn man an Level 30 ist. Dann würde ich hier in den Blizzard rein investieren. Davor noch nicht. Weil man braucht ja auch diese Verzauberung. Und dann seht ihr eben hier. Wenn Blizzard aktiv ist. Sind die Kernfähigkeiten 20% günstiger. Ansonsten was natürlich auch wichtig ist. Bevor ihr den Blizzard skillt. Würde ich auf jeden Fall in die Ulti rein investieren. Denn wenn die aktiv ist oder beendet ist. Werden dann eben hier alle anderen Fähigkeiten. Die keine Ulti sind. Sofort zurückgesetzt. Und ihr könnt die Schilde. Und auch die Nova direkt erneut aktivieren. Und hier bin ich dann ebenfalls noch am Schluss reingegangen. Wichtig ist hier die eisige Brise. Denn wenn man eine hohe Glückstreffer Chance hat. Passiert es eben immer wieder. Wenn man verwundete Gegner trifft. Hat dann eine 20% Chance. 15 Mana zu bekommen. Und so kriegt man dann eben durch die ganzen Boni. Unendlich Mana hin. Dass sie nahezu nicht leer geht. Ansonsten hier noch die Lawine. Sobald ihr unten ankommt. Die natürlich auch skillen. Und zwar auch beim Glückstreffer. Hat man eben eine gewisse Chance. Dass dann Eisblitter einfach mehr Schaden macht. Und noch auf ein weiteres Ziel. Soweit ich weiß glaube ich. Ne. Nur einfach nochmal mehr Schaden macht. Die Chance ist aber erhöht. Wenn man glaube ich kritisch trifft. Ne. Bei verwundeten Gegnern ist die Chance doppelt so hoch. Sorry. Da gibt es auch später noch einen anderen Aspekt. Den man aber leider troppen muss. Da geht es dann noch auf einen weiteren Gegner über. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Mobalytics vorbei. Auf PC könnt ihr es wie gesagt runterladen. Und auch im Spiel öffnen. Super angenehm. Mit zwei Tasten. Und dem Bild nachbauen. Wer natürlich in Zukunft mehr Bild sehen möchte. Kann immer bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Mit einem Abo dabei bleiben. Wird mich mega drüber freuen. Wird noch einiges rauskommen. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.